Untertitelung. BR 2018 Wo ist denn der See? Wie kann ich das machen? Wie kann ich das machen? Wie kann ich das machen? Hier hätte schon einen Schnee liegen. Ja, muss ich auch. Hier ist die Heimat. Hier ist die Heimat. Wie kann ich das machen? Wie kann ich das machen? Hier ist die Heimat. Hier ist die Heimat. Und es gibt auch eine Premium-Auslieferung, da findet ihr Auslieferung. Ich glaube, Deutschland ist das einzige Land, in dem es eine Übergabe gebührt wird. Sie kennen es sicherlich, Sie gehen zum Händler, kaufen ein neues Fahrzeug, der Händler stellt das Fahrzeug auf den Hof, mit Glück bekommen Sie noch einen Blumenstrauß. Die Händler von 1959 und die Händler von 1957. Und deswegen hat sich das Doppel-Güttel-Schalt-Getriebe entwickelt. Und zwar heißt das einfach, man trennt das Getriebe, also dasselbe Zeug, was in den Kugelspiele haben. Und Sie sehen, es ist nicht platziert, obwohl es so rot ist, fassen es trotzdem jeden Tag hin und die Leute an. Und Sie sehen, es kommt, es ist auch kein Kala.